So Leute, wir haben uns nochmal schön zusammengegrübelt und sind zu dem Entschluss gekommen zu googeln und es ist einfacher als gedacht. Es war total dumm, dass wir daraus nicht gekommen sind. Schlittern, Leute, das Geheimnis ist Schlittern. Versuchen wir es nochmal. Die Leute werden uns so dafür hassen. Ich bin zu durstig hier rüber zu kommen. Ja, das war gut von mir. Ey, warum hat der jetzt schon wieder geschossen? So, ich hab mich jetzt für nicht gebraucht. Was machst du denn? Ich bin kacke, das ist alles. Ich krieg's nicht hin. So, ich komm nochmal nach. So, Leute, einfacher als alles andere auf der Welt. Das nervt mich jetzt gerade voll, dass wir darauf nicht gekommen sind. Ich meine aber gut, das ist eine Sache, die... Ja, guck mal, wir kriegen auch nicht mal das hin. Es geht jetzt wieder gut los. Was machst du denn? Pro-like sein. Nein, nicht pro-like sein. Hast du eine Hilfe? Was machst du denn? Jetzt bist du auf mich draufgeschrungen. Ich bin zu kacke gerade, um hier wegzukommen. So, jetzt aber. Nein. Was mache ich denn? So, und jetzt schwupp, und drüber. Leute, so einfach ist das. Einfach durchschnittern. Warum kommen wir da nicht drauf? Wie kacke sind wir eigentlich? Das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich weiß nicht mal. Ja, danke. Ich weiß nicht noch mal. So, jetzt ziehst du das Ding wieder weg, und dann können wir hier hoch. Kannst du mir helfen? Nö. Nö. Los, springen. Mach doch. Du musst mich da oben drücken. X. X und hoch. Ja. Au. Dankeschön. Nein. 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 Es springt aber endlich. Oh Mann ey. Das ist so ein Mongo. Ich kann dir nicht helfen. Äh. Ja stimmt. Kann ich überhaupt? Kann ich irgendwie? Nee. Um. Ey, was machst du denn? Warte doch wenigstens kurz. Dann hätte ich mich jetzt selber umgebracht. Dann bring ich mich jetzt um. Dann komme ich hoffentlich bei dir. Oben raus. Ja. Perfekt. Geh vor. So machen das Pro-Gamer. So? Ja, so machen das. So nicht. Guck mal. Bitteschön. Müssen wir so noch unseren Hut holen? Ja. Perfekt, wie der da gelegen hat, der Hut. Ey. Mein Gott. Da hab ich so lange dran gesessen. Ja Mann, das ist einfach nur peinlich irgendwie. Das wär auch so eine billige Kacke. Ich glaube, der älteste Megamens-Slide-Trick der Welt, weißt du? Weil wir den nie benutzen. Ja. Wofür auch? So ein Dreck. Du bist jetzt auf der richtigen Weg. Immerhin ein A. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Mann, Mann, Mann. Immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Ich hab mich schon gewundert, was der Typ im Video ist. In zwei Minuten durchgerusht, aber klar. Mit so einem Trick geht das auch. Oh. So, wo kommen wir jetzt raus? Wo bin ich? Ich seh nichts. Wo bin ich? Ach, da oben. Äh, da oben. Ja. Nein. Okay. Nein. Ah. So, jetzt. Ich hab doch gerade... Ach so, unten. Nee, das war dumm. Schweißen. Dann kannst du unten lang. Ah ja, okay. Warte. Sehr schön. So. MC Grinse... Hä? Hä? Ach, unten. Natürlich, jetzt sitzt du auf so einem Feuerblock. Ach, ja, 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 klar. Hilfe. Ach so. MC Schmutzpelz braucht Hilfe. So. Bitteschön. Oh, ja, ja. Haben wir alles so weit? Ach, guck mal. Nee, da kommen wir so noch nicht ran. Nee, da müssen wir erstmal noch. Opa. Opa. So. Sehr gut. Mein Gott. Wir stellen uns manchmal einfach dämlicher an, als wir eigentlich sein müssten. Ja. Ja. Wo ist der Snigge, der? Komm mal. Jawohl. Okay. Guck mal, ist ja noch eigentlich relativ simpel. Ich versuche mal ein paar Elektroschocks. Oh. Oh. Kack wie. Das war richtig dumm. Ach, shit. Ich rufs mal dir einfach ins Wasser. Er kommt schon. Okay. Das wird es auch so schon nicht geschafft. Wir haben ihn einfach nur tausendmal geschlagen. Irgendwann muss er erstern. Oh je. Ja, ich lasse dich nur da allein. Ach so, schade. Okay. Da oben kann man sich festhalten, oder? Echt? Oh, da bringt nichts. Ja, aber das ist ja... Okay, wir müssen uns den Ketschen zurück. Frey. Oh, du Penismonster. Der hat die Katze doch am Strahl sterben lassen können. Nee, ich wollte lieber selber am Strahl sterben. Aua. Nicht mich hauen. Ey. Oh. Jetzt habe ich mich mit einer Granate selbst getötet. Ich hoffe ab. Scheiß auf die Katzen. Scheiß auf die Katzen, wa? Haha. Okay, jetzt wird es etwas komplizierter hier an der Stelle. Ich greife mich die ganze Zeit an. Ich komme nicht weg. Ah. So. Okay, jetzt. Komm an die rein? Komm an die rein. Oh, geil. Guck mal. Wie Pro-Dike ich bin. Wie hast du was gemacht? Oh. Ich habe uns irgendwas geholt. Hä? Wie? Wo? Unter dir. Da war irgendwie gerade ein Geheimtunnel. Wie bist du da hingekommen? Tja, durch Geheimnis. Ja, ich konnte nicht zugucken. Das ist blöd. Ich bin hier einfach links langgelaufen. Guck mal, hier. Siehst du? Das ist ja wirklich homofürstig. Na, na, na. Keine Diffamierung minderwertiger Menschen. Was? Es wird Spaß, Leute. Das sind keine Menschen. Wie gemein. Äh, irgendwie. Achso, achso. Ah, okay. Ah! Woopsi. Tosti. Du kannst auch noch, glaube ich, um mich... Ne. Ja, du musst erst weg. Dann muss ich warten. Und... Love, 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 love. Okay warte 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 Und was? Lauf, 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 das bringt So. Du kannst wenigstens im Gegend jetzt zu mir So, Portal Wo sind wir jetzt? Unten wieder Okay, okay Ah ja okay, ich versteh, ich schmeiß dich Ich komm irgendwie nach Nein Boah Gemeinheit Ich weiß dich nochmal Nicht in die Richtung So, musst einfach nur schnell oben gegenspringen dann auf das So geht das natürlich auch Ey, in dem Spiel bin ich echt der Pro, oder? Nein, was mach ich denn? Ich bin voll der komische Knäufgewehrt, ey, Knäufgewehrt, der fünfte Komm, dann schaffst du es Und jetzt ran da und oben rauf Und oben gegenseitig festhalten Ey, ich hab gedrückt Das sagt jeder Gamer immer Ich hab doch gedrückt, Mann Der Heal war schon durch Was? Ich hab den doch gar nicht gerührt Voller die Soge geschmissen, Mann Komm jetzt, aber Nein, ich Ich hab sogar schon gedrückt Fünf Stunden später Jetzt bin ich dran, jetzt wird es mich ein bisschen komplizierter bei mir Oh mein Gott, das kann man doch alleine alles machen Du hast mich abgeschlagen oder so Okay, viel Spaß Ich geh jetzt nach rechts weiter Ja, ja, mach Hier keinen Bock bei zu hängen Ich könnte auch schon ins Ziel gehen, wenn ich möchte Aber ich will dich leiden sehen Ja, alleine schaff ich es nämlich viel besser, ganz ehrlich Mit dir schaff ich das noch nicht, weil du so ein Knäufgewehrt bist Als ob, als ob der Wurf jetzt anders war als der Rest Ja, weil ich es nicht so komisch ist Genau, ja, natürlich Immer wenn ich an dir geworfen werde, sehe ich erst dann ein komisches wertiges Etwas Und dann denke ich, oh mein Gott Das sieht doch aus wie du, wenn du dich nicht rasiert hast, gibst doch zu Ja, untenrum, ja Die Haare, nur wenn du dich nach der durchzechten Nacht nicht gekämmt hast Die Kopfform passt sowieso Nein, komm, ich geh mal in den anderen Kopf jetzt Er ist geil Ja, warte, ich ändere auch mal mein Schädel Ich bin jetzt hier, Captain Einauge-McNolkowitsch Ich bin... Ah ja Das war jetzt effektiv für uns Aber beide Wege sind so effektiv Irgendwas muss hier sein Komm mal her, spring mal auf mich drauf Ne, andere Richtung, warte, jetzt Okay, und jetzt werfen Oder hüpfen Oder auch nicht Mit anderen auf jeden Fall Okay, ich brauche deine Hilfe oder Du meine Nein Ich wollte es wegschlagen, weißt du Scheiße, ey Nein, ich kann nicht springen Okay, erst mal aufpassen Hoch Ich musste mir helfen Ja, warte, erst mal muss ich hier oben ran Jetzt, komm Okay, jetzt müssen wir ruhig meißen Werfen, werfen Was habe ich denn so? Okay, ich nehme Ja, du bist doch einfacher Nein, what? Okay, cool Ich wusste das natürlich Ahem Ja Ich habe einen Backpack Ich habe einen Backpack Ah Wow Alter, du mal aufpassen Ist da durch? Irgendwie fliegen Achso, ich verstehe schon Oder auch nicht Nein Ich starte hier unten Ne, du startest da unten Ist ja gemein Ach, guck mal Oh Oh Ich starte hier direkt Alter Schwede Alter Schwede Das ist aber auch eine Sache hier Wo ich mir denke, also Meine liebe Marion, ey Achso, okay Da muss noch ein Boot Äh, okay Damit wir nämlich unten Zu dem Ei können Und dann können wir so ein paar Diamanten holen Und wahrscheinlich sogar ein Rollknöbel Keine Ahnung Ich werde dafür, dass wir uns das Boot noch holen Guck mal, du bist sogar schon da Ja Das ist das Problem Ich komme ja nicht weiter ohne dich Also es ist wirklich eine Sache Für Ah, jetzt Ich weiß nicht Danke Alter, nicht schlecht Daniel Das war cool Ja, der war richtig cool MC Eggfrog Achso, der ist so ein Was mach... Na, er ist ja super nett Was ist denn mit ihm nicht richtig? Achso Aha Wo bin ich denn? Ach, da oben Hä? Oh, nee Was ist denn? Okay, jetzt haben wir's verkackt Ja, aber wirklich Das ist aber nur wieder dieses Spiel Nee Keine Ahnung, das Programm zu schützen Nee, ey Also wir haben's ja an sich nicht Ja, danke Äh, wir haben's ja an sich nicht verkackt Aber diese Checkpoints Aber diese Checkpoints Sind einfach falsch Ich dachte, die sind so für Singleplayer Ops Aber wir spawnen ja immer an derselben Stelle Aha Aha Ja, lauf Nein Ich wollte jetzt mal oben den Diamant holen Was? So Aha Aber alleine komme ich nicht mehr hin Hä? Ja, aber wie soll ich das machen? Lass dich töten Achso Ja, gut, schön So Ja So Äh Äh Jetzt So, da ist jetzt ein Portal Lass dich äh Da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas Wir müssen noch irgendwie da hochkommen Ja, okay Ja, du musst mir irgendwie hochhelfen Warte Jetzt Ich glaub da oben gehst Ich glaub da oben gehts nämlich weiter irgendwie ein In der Mitte oder so Warte Warte nochmal Nee Hä? Hätte ich aber auch gedacht, ganz ehrlich Weil da ist so ein Stein, siehst du das? Ja, das war der wo du vorhin durchgefallen bist Achso Stimmt Es gibt hier keinen Wahlknauil Müsste es da irgendwo geben, bestimmt Ich glück halt nicht mehr durch Ich bin durcheinander So jetzt aber Äh, 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 äh So Ach es geht dann noch, es geht dann noch weiter Wir sind ja gar nicht am Ende Ja, da war's ja. Schön. So. Ach du Scheiße. Boot. So, jetzt haben wir's. Kommen sie runter. Du Dreckst. Mensch, Alter. Oh mein Gott, ey, das ist so fies. Niemals. Und komm, Timerun? Ach, schade. Was? Niemals? Ja, war noch voll schnell und so. Ja, für 10 Minuten. So, lass uns jetzt noch ein paar Gesichter kaufen gehen. Ja. Ich hab Bock auf Gesichter, Ars. Wie's hier brennt. Nicht schön. Weil der Part schon auch danach schon wieder zu Ende. Ich glaub, wir können sogar eine neue Waffe kaufen. Ja, eine. Eine, komm, was wirklich da ist und so. Ah, komm, du da. Oh, ich hab jetzt Papierflieger. Ich hab jetzt Papierflieger. Ist richtig gut. Du kriegst jetzt bestimmt... Papierflieger. Ah, ja, okay. Du kriegst genau die gleiche Loserwaffe. Ich ändere die mal. Ich will nämlich den Papierflieger mal ausprobieren. Ach, das ist eine Bombe. Fliegt auf jeden Fall ziemlich weit. Ich hab jetzt nur Runde gekauft. Aber diesmal will ich den hier auch, wenn ich den grad nicht reingespielt hab. Hä? Was macht das Ding? Gar nichts erst? Ich weiß es nicht. Ich hab's grad gegen dich geschmissen und es ist, äh, jetzt zerknöllt. Ah, ich versteh schon. Wenn ich nochmal drücke. Mach ich die scharf. Puff. Die fliegt. Und wenn ich nochmal drücke. Puff. Geiler Scheiß. Das ist eigentlich nicht schlecht. Okay, dann komm ich mir jetzt hier, äh, einen von denen. Süß. Einen von denen. Wunderhübsch. Elfriede. Ach man. Ich hab mich grad selber aufgenommen. Komm ich mir einfach... Oh, guck mal hier. Bolfried. Der sieht gut aus, ja. Der, das war der böse Robin Hood. Kannst du dich selber lenken? Nee, die fliegen automatisch zum... Die fliegen irgendwie... Boah, Alter. Holzfäller Fred. Noch einen. Was ist es denn? Ein Flugzeugkopf. Hast du denn schon wieder? Ich weiß auch nicht. Ich hab irgendwie mal mehr als du. Ja. Ich glaub, der, der den Hut wegbringt, bekommt nur den Bonus. Echt? So wie es aussieht, ja. Okay. Ja, das... Also... Keine Ahnung. Vielleicht... Ich würd auf jeden Fall ein, sonst hätt ich ja nicht so viel. Ich würd sagen... Hier gehen wir im nächsten Part rein, liebe Leute. Oh Gott, ist das eklig, ey. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüssi Kaskis. Blablablablablabla.